Wassenberg Ich werde Ihnen heute mit den Einten begreifen und möchte sagen, dass ich mit den Einten und der Gärste noch einmal besonders gut bin. Ich bin der Herr Schäfer für den Kreis Heinsberg, Wilfried Röder. Ebenfalls hier ist Landrat Stefan Krisch. Der auch beim allgemeinen Vertreter Philipp Schi-Helder mitgebracht hat. Herzlich begrüßen möchte ich auch den Chefdirektor von 8.2.1, Thomas Biele. Und auch den Beigeordneten der Gemeinde Badalen, Jan Friedrich. Ebenfalls hier ist der ehemalige Bürgermeister von Wassenberg, Manfred Winkel. Und auch sein Nachfolger, Marcel Maurer. Wir haben uns heute Abend wieder viel Schönes vorgenommen. Im Zentrum steht dabei Björn Freitag. Björn Freitag wird heute mit der goldenen Schämmer entgezeichnet. Also mit dem Preis, der bereits seit 1997 an Persönlichkeiten verdienen wird, die sich in die ersten Trinkkultur besonders verdient gemacht hat. Verdienen wird der Preis von der Stadt Wassenberg und dem Medienhaus Adler. Bevor wir dazu kommen, möchte ich nun aber Bürgermeister Marcel Maurer bitten, ein paar Worte an Sie zu richten. Vielen Dank, Herr Gerhard. Da komme ich auch noch vor, dass wir hier am Pult. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute hier zur Verleihung der goldenen Schämmer-Helder am Björn Freitag in Wassenberg begrüßen darf. In diesem Jahr findet der Schämmermarkt zum 28. Mal auf dem Rostockplatz statt. Und angesichts der zweijährigen Zwangspause, die wir leider coronabedingt einlegen mussten, freut es mich ganz besonders, dass Sie wieder so zahlreich zu uns in die schöne Stadt Wassenberg gekommen sind. Sie können sich auch vorstellen, dass wir eine Saktion mit Durchführung einer solchen großen und mehrtägigen Veranstaltung in der Stadt Wassenberg. Ich möchte mich deshalb im Namen der Stadt Wassenberg sehr herzlich bei allen bedanken, die haben zustande kommen mit dieser Veranstaltung. Ein besonderer Dank, die dürfen gleich noch ganz oft klatschen. Ein besonderer Dank gilt dabei den Sponsoren und Unterstützern, die maßgeblich dazu beitragen, dass der Schämmermarkt in dieser Form überhaupt stattfinden kann. Ich begrüße daher an dieser Stelle ganz herzlich den Vorstand der Kreissparkasse Heinsberg, Herrn Thomas Giesing und Frau Marie-Thérèse Jakobs-Bolken. Dann begrüße ich den Vorstand der NED AG, die Herren Frank-Kinder-Vater und Thomas Slag. Herzlich Willkommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Firma Reises-Bolken und für eine langjährige Unterstützung hier an der Stadt. Ich begrüße ganz herzlich den Geschäftsführer des Kreiswasserwerks, Herrn Michael Leonards. Von der Deutschen Glasfaser begrüße ich Herrn Stefan Wieser. Herzlich Willkommen. Ich begrüße auch den Vorsitzenden des Wassenberger Gewerbevereins, Herrn Georg Henswitz. Sie haben es gerade schon gehört von Herrn Gerhards. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Aachener Zeitungsverlag und bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg für die gute Zusammenarbeit und die Präsentation des Schlemmer Marktes. Ich begrüße daher noch einmal ganz herzlich im Namen der Stadt den Chefredakteur der Aachener Zeitung, Herrn Thomas Thelen, sowie den Moderator der heutigen Preisverleihung, Herrn Daniel Gerhards. Und den Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, Herrn Gerhards. Ja, bei so einer großen Veranstaltung gilt mein ganz besonderer Dank, aber auch dem Team der Stadt Wassenberg, das die Hauptorganisation dieses Schlemmer Marktes zustande war. Da gibt es zum einen, das wissen Sie vielleicht, wenn Sie schon mal auf anderen Wassenberger Veranstaltungen waren, das Team der unserer Kunstkultur- und Heimatpflege GGMBH unter der Leitung von Jürgen Lasa, nämlich auch ganz herzlich. Ich danke, Frau Jürgen. Aber in diesem Jahr wieder die große Säule der Organisation und krankheitsbedingt mussten Sie sozusagen dann auch noch Doppelschichten zusätzlich einlegen und hat aber ganz maßgeblich die Organisation hier abgewickelt. Das ist Frau Gabi Janssen. Ja, und wie ich das gehört, Frau Janssen hat sie mitgebracht. Und sie kriegt auch, weil sie wirklich, ich weiß nicht was für Schichten hatte in den letzten Tagen, kriegt sie natürlich auch noch einen extra großen Strauß und noch einen großen Applaus. Ja, dann haben wir aber auch in der Stadtverwaltung bei dem ganzen Aufbau dieses Schlemmer Marktes einige Herrschaften gehabt, die neben den anderen viel leisten müssen und vielleicht noch einen Tipp mehr gemacht haben. Ich bedanke mich ganz herzlich von der Stadt bei Patrick Derksen, Rolf Dresen, Holger Rötling, Konrad Schlösser, Jörg Heinrichs, Vera Hartmann und dem ganzen Team des Bauhofs der Stadt, die das ganze Jahr über die Stadt hier Höchstleistungen vollbringen. Denn die Stadt sieht nicht nur so schön aus, dank des Bauhofs, sondern sie müssen darüber hinaus auch oder dürfen immer diese Veranstaltungen aufbauen und begleiten. Und deswegen ein großes Dankeschön an das Team des Bauhofs unter Leitung von Jürgen Kostlowski. Ja, und zu guter Letzt gilt mein Dank einem Mann, der mich wahrscheinlich gleich dafür schlagen wird, dass ich ihn hier nenne. Aber er hält nicht nur das Geld in der Stadt zusammen als Kamera und ist Baudezernent dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie viele Stunden er in den letzten Wochen hier auf dem Schlemmermarkt verbracht hat. Im Rathaus habe ich ihn nicht mehr gesehen. Er wird Ihnen aber dafür genau sagen können, wo welches Kabel läuft, welches Zelt steht. Und ich glaube, im nächsten Jahr wird er hier sogar kochen. Er weiß, er hat unendlich viele Stunden investiert und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei Willibert Darius. Ich habe schon gesehen, ich werde mir am Montag noch was anhören müssen. Ja, hinter mir, oder besser gesagt neben mir, sehen Sie schon die Goldene Schlemmerente aufgebaut. Und bevor ich nun zum Ende komme, möchte ich vorher aber natürlich den diesjährigen Preisträger der Goldene Schlemmerernte, Herrn Björn Freitag, den Laudator und frischgebackenen Sternenkoch, Herrn Alexander Rulff, und nicht zuletzt den Künstler, der die Schlemmerente erschaffen hat, Herrn Roland Simons, sehr herzlich im Wasserwerk begrüßen. Vielen Dank, Herr Maurer. Ja, wir rücken der Preisverleihung jetzt Stück für Stück näher. Auf dem Weg dorthin möchten wir aber, dass Sie auch noch etwas über unseren Preisträger erfahren und auch darüber, warum er denn diesen Preis bekommt. Und jetzt wissen wir, dass Alexander Rulff den Björn Freitag ganz gut kennt. Und wir wissen auch, dass Alexander Rulff als Sternekoch auch ganz gut bewerten kann, was der Björn Freitag so macht. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Alexander Rulff jetzt eine Laudatio auf Preisträger Björn Freitag halten wird. Ja, schönen guten Abend. Erstmal ist es ein richtig geiles Gefühl, so viele Gäste hier zu sehen. Genau, willkommen mal zum lieben Björn. Den Björn habe ich vor, ich glaube, 15, 16 Jahren das allererst mal in Essen bei einer riesengroßen Veranstaltung gesehen. Er stand nicht weit von unserem Stand weg und neben ihm standen zwei blonde, richtig gut aus und hier nette Mädels. Einer von denen hat einen Sonnenschirm gehalten. Ich habe gedacht, jo, wenn du mal so weit bist, hast du es geschafft. Ja, Björn ist, glaube ich, mit 23 den goldenen Anker gestartet, nachdem er von seinem Band, glaube ich, den Laden übernommen hatte. Hat 2001, da wo ich gerade mit meiner Lehre fertig war, hat er den Stern erkocht. Und seitdem er hält er sich super wacker und macht einen richtig verdammt guten Job. Neben seinen Kochbüchern, zahlreichen Sendungen, die wir bisher alle wahrscheinlich kennen. Also ein richtig, richtig funzt Kerl. Ich durfte mit ihm ein paar Sendungen drehen und ich muss sagen, ich habe mich immer wohl gefühlt, wie zu Hause. Und man trifft selten so nette und auf dem Boden gebliebenen Köche sowieso und vor allem dann auch Menschen. Ich hatte eigentlich eine riesengroße Liste, wo ich dann ein paar Punkte abarbeiten wollte. Hätte ich doch vielleicht mitgenommen, weil doch nervös bin ich jetzt so ein bisschen. Ich finde, es ist genug gesagt. Ich finde, der Björn hat es richtig verdient. Und es ist ein geiles Gefühl, wirklich für dich die zwei, drei netten Worte gesagt zu haben. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Alexander Wulff. Hier vorne auf dem Tisch sehen wir die goldene Schlemmerente bereits. Wir wollen uns die Ente aber jetzt auch noch mal ein klein wenig genauer anschauen. Und dazu bitte ich Roland Simons einmal zu mir. Herr Simons ist der Goldschmied, der die Schlemmerente angefertigt hat. Und ich weiß ja, dass Sie jedes Mal, wenn Sie die Ente machen, eine ganz besondere, eine ganz persönliche Note da reinbringen. Was haben Sie sich diesmal einfallen lassen? Ja, was haben wir uns einfallen lassen? Wir haben natürlich recherchiert, haben uns Sachen angeguckt. Natürlich kennen wir auch die Sendungen von Björn Freitag. Und was uns da besonders rausgefallen ist, ist halt dieses Lecker an Bord. Ich meine, es gibt viele Formate, aber das Lecker an Bord. Und da haben wir auch den Ansatz gemacht, dass wir im Grunde dieses Hausboot nachgebaut haben, als Miniatur. Und als zweites war so sein Stammsitz zu Hause der goldene Anker. Und die Schlemmerente trägt dann noch einen echt goldenen Anker im Schnabel. Genau, damit also etwas ganz Besonderes für Björn Freitag. Also erstmal alle Hunde zusammen. Ich habe mich nicht da hinten versteckt, weil ich so schüchtern bin, sondern ich durfte die Ente noch nicht sehen. Weil ich sehe die jetzt zum ersten Mal. Ja, vielleicht, wenn Sie, genau, die Fotografen würden jetzt gerne zu Ihrem Reschkomm noch ein Bild machen. Ich habe wirklich gedacht, dass das nicht so personalisiert ist. Also hätte ich jetzt nicht gedacht mit dem Boot hier. Das ist wirklich so toll gemacht. Und mein bester Freund, und das habe ich schon vorhin erzählt, und Kindergartenfreund, der ist auch Goldschmied. Ich weiß, was das für eine Arbeit ist. Das ist wirklich krass. Auch dieser Anker alleine. Da überlege ich schon, ob ich mir den abmache. RIS5- announcer? Nur aired ein Bild. Ist nur friendship, egal? ... ... Vielen Dank.